Hallo, herzlich willkommen zu deiner weiteren Fortnite Battle Royale. Heute bin ich wieder mit meinem Solo Modus unterwegs. Ich habe meinen ersten Runden geholt. Ich bin jetzt nur Schappe und so. Jetzt schneide ich das Video noch. Und ja, jetzt mache ich vielleicht sogar jeden zweiten Tag ein Video. Muss mal gucken. Daily Upload wird schwierig. Aber naja, viel Spaß jetzt mit der Runde, die relativ spannend war, aber ein komisches Ende hatte. So, da sind wir jetzt im Party-Bus. Wir gehen sofort nach Salti. Ne, ich wollte doch gar nicht mehr nach Salti. Ach man. In Saltis. Können wir gehen nach Salti, die bot. Habe ich zwar nicht so viel Bock drauf, aber... Salti habe ich im Moment noch weniger. Weil das einfach so viel platzt und das nicht... Und wir sind zu hoch. Können wir auch sofort Retail-Häuser gehen. Das mache ich jetzt auch, alter. Ah, wir gehen jetzt vorne in das Haus. Da kenne ich nichts. Oder auch nicht, obwohl doch... Guck mal hier schon mal. Na ja, ich dachte schon, hier wäre gar nichts. Toll. Toll. Wow. Was für ein Ludo. Eine Kiste ist ja auch komisch. Oh, Mann. Soll ich mir mit so Kack-Lud hier rumkämpfen, ey. Was will ich mit... Der... Was will ich denn hier mit... Schuttgarn, alter. Kannst du doch vorstehen, der Tonnen-Club mal. Ja, ne Börs. O-M-G. Das ist meine Pump. Wie viel das bringt, wenn man anfangs nur die an... Jetzt habe ich grad nicht gesehen. Der hat ja mir grad'n Digi-Grill-Head-Shot gegeben. Oh, der benutzt... Gas-Kranot anscheinend. Echt? Danke, dass ich speise. Mann. 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 Der spielt unvorsichtig. Hm. Eine Ewigkeit später. Wie spielen die? Das ist scheiß heavy. Bitte sind da einfach. Bitte sind da einfach. So. Hoffentlich hat der jetzt genug Horns. Dann rennen wir mal runter. Wow. Der Typ ist so clever. 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 Ich hab' den Typ ist besser als ein halb Autosniper. Meine Meinung doch. Der kann viel besser peaken oder opaka. Der kann viel besser peaken oder opaka. muss man welche fahren hatte doch eben noch eine Tactical ich bin nur ein Trottel, ich hätte ihn noch vergessen, wenn ich nicht mehr aufgefangen wäre da ich nur Single Pump spiele, obwohl ich eigentlich eben eine Tactical hätte Aua! Oh Mann Oh Mann Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da bist du tot! Genudelt! Das Equip ist mir egal, weil der im Fight war. Aber ich hab ihn. Was ist? Nee, oder? Wie? Wirklich? Könnt ihr noch... Könnt ihr noch fünf Minuten warten, nee, oder? Nein. Nein, nicht schon wieder. Och, Mann, ey. Seid ihr schon voll im Essen drin? Oh, Mann. Oh, Mann. Baby, let the light shine through Baby, won't you let the light shine through For you Baby, won't you let the light shine through Baby, won't you let the light shine through